Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich komme jetzt hier ins Bild, hallo, von Profi-Schnapp.de und ich zeige Ihnen heute diese Garnitur 220-67 von Willi Schillig in einem Q2-Stoff graumeliert in der Kombination großes Longchair mit dem Zweianbaussofa. Nun, was kann man über die Garnitur sagen? Sie ist erstmal relativ fest gepolstert, nicht zu fest, aber fest, man sitzt gut drin, der Rücken ist nicht zu fest, ich sitze ein bisschen drin, schön. Der Stoff macht einen sehr strapazierfähigen Eindruck, es ist ein Q2-Stoff von Rohleder, eine 100% Kunstfaser, da bekommen Sie Rotwein raus, Nutella, alles was sonst nicht geht. Googlen Sie einfach mal Q2 und Rohleder und schon sehen Sie, was ich sage, was ich meine. Also das ist ein weiterer Vorteil. Der dritte Vorteil ist, Sie haben viel Platz, hier auch im Longchair, da ist ein Steckreling drin. Hier kann ich verschiedene Elemente reinstecken, ich habe jetzt hier nur so eine kleine Steckung, es gibt auch größere noch. Hier kann man dann zu zweit auch liegen, sehr bequem. Nachteil, Sie brauchen relativ viel Platz, ja, durch das ausladende Armteil und auch durch diese große Rekamere in dieser Ausführung über drei Meter. Zweiter Nachteil ist der hohe Preis, wenn Sie die Grube neu kaufen, kriegen Sie die nicht unter 2.500 Euro. Und dritter Nachteil, dritter Nachteil fällt mir keiner ein. Sie haben keine Ausziehfunktion hier oder Rückenklappfunktion. Okay, ich habe hier das große Longchair, da kann ich gut drauf liegen, brauche ich vielleicht dann auch gar nicht. Also ich empfehle das für junge Familien, wo ein bisschen mehr Platz haben und wo Platz haben wollen, auch zum Liegen und Lümmeln. Da ist dieses Modell 22067 geeignet. Advertising bei profi-schnapp.de gibt es genau dieses Stück als Kundenstürmer jetzt zum Schneppchenpreis. Das Kissen gibt es extra, die Rolle ist mit drin, profi-schnapp.de online zu finden und profi-schnapp.de rechts oben eingeben 22067, dann kommen Sie zu dieser Gruppe. Wenn Sie wie ich jetzt hier live drauf sitzen wollen, dann, ja dann, kommen Sie nach Empfingen, 72186 Empfingen, 50 Kilometer südlich von Stuttgart, sind wir jeden Freitagnachmittag und Samstag oder nach Terminvereinbarung für Sie da. Profi-schnapp.de bietet auch noch 30 Tage Rückgaberecht für Sie und jetzt bin ich ruhig. Ich freue mich, wenn Sie Klick machen. Dankeschön und tschüss, hier Lutz Reinhardt von profi-schnapp.de.